Hallo, hallo ihr Hübschen und willkommen zur Zwillingsmond-Energie. Wir wissen ja, dass Marsi Mars sich schon längere Zeit im Zwilling tümmelt und auf der Suche nach dem geeigneten Spiegel im Außen. Das kennt ihr von den ganzen letzten Orakeln, da haben wir immer gesagt, du, alles raus, Twin ist drin. Also Gegensätze ziehen sich an. Nein, das ist jetzt viel zu anstrengend, sich mit Gegensätzlichkeit zu befassen. Ja, jetzt ist gleich und gleich gesellt sich gern drin. Ja, und das ist auch für die Jahre 23 und 24 vorherrschend. Bis 23 ist Marsi Mars da drin und bis 24 bleibt das schon. Also es geht jetzt tatsächlich gar nicht rum. Ich frage jetzt gerade so parallel, ja, und die Karten nach ihrer üblichen Weise zu deuten, wiederum geht es jetzt gar nicht. Ach so, okay. Ja, das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass finanzielle Verluste, die das vielleicht mit sich bringt, ja, die lange, 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 lange Zeit, ne, haben finanzielle Konsequenzen, ja, daran gehindert, sich mit dem eigentlichen Gegenüber zusammenzutun und das auch raus, ja, das ist heute noch drin, das ist heute die Tagesenergie, 13 und 10 ist 23, aber das ist auch raus, ja, das geht auch raus. Weil mit diesen Aufräumarbeiten ziehen wir dann nach 23, ja, ziehen wir in 24 ins Jahr des Herzensbewusstseins, ne. Und bei dem einen oder anderen ist eben noch entsprechende Aufräumarbeit, ja, ist 23 noch mit Verlusten einhergehend, logischerweise, ne. Ist ja immer, das sage ich euch ja immer, man kann nicht mehrere Partnerschaften führen, man kann nicht mehrere Arbeitsplätze machen, kann man schon, aber immer nur eine gewisse Zeit lang, ne. Irgendwann muss man dann das hier, ne, die Ratte im Nest, aus dem Nest werfen, ja, damit das hier halt eben übrig bleibt. Ja, und da zählt ja schon auf diese Aufräumarbeit, ja, zählt ja damit nur noch das, wo man Herzensenergie fließen lassen kann, frei fließen lassen kann, übrig bleibt, da geht es ja schon die ganze Zeit drum, ne. Und der eine oder andere hat das alles in diesem Jahr 22 aus Gerechtigkeitssinn bereits getan, ja, oder um Augenhöhe zu leben, schon entsprechende Entscheidungen getroffen. Es ist immer einfacher, wenn man das aus dem eigenen Antrieb, aus der eigenen Motivation herausmacht. Es gab viel, 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 viel energetische Unterstützung, ja. Ja, dahin soll ja auch die aktuelle Energiearbeit, die ihr in der Infobox habt, führen. Ja, und wer da Angst hat, ne, durch entsprechende Tür zu gehen, schaut, das ist auch, ne, Morgen in der 24 bildet die Venus hier auch mit der Sonne ein Trigon, ne. Da gehst du durch die Tür, ne, bleibst du hier drin, ist auch okay, ne, dann wird drei und, es gibt halt eine Druckerhöhung, ne, um hier hinzukommen, um in den freien Fluss des Herzensbewusstseins zu kommen, ja. Es ist auch okay, aber dann wird es, es geht nicht weg, ne. Also alles das, was jetzt aktuell in diesen Zeitqualitäten frustrierend ist, nimmt an Frustration zu. Ist so. So lange, ne, bis man das, was ich gerade schon reinbekommen habe, ne, die Ratten aus dem Nest wirft. Aber wenn ihr das tiefer braucht, habt ihr das alles, die ganze Thematik in der Energiearbeit erklärt und bearbeitet, ne. Ja, also wisst ihr jetzt, worum es geht, ja, warum hier die eine oder andere Maus, ne, an der Herzensenergie, ne, hier, nagt, ja. Und dann schauen wir aber trotzdem mal rein, was wir noch dazu bekommen können, ne. Was können wir denn noch dazu bekommen? Schwingen. Ja. Das ist das, was ich gerade hier schon zu den Jahreszahlen gesagt habe, ne. Es geht hier einfach um die Zukunft. Und was möchte man in und für die Zukunft haben? Einen Klartext, ne. Einen klaren Raum und einen Klartext. Ja. Und das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, ja. Das Licht wird immer größer, ne. Es wird immer, immer größer. Das ist unaufhaltsam, ja. Unaufhaltsam. Das dehnt sich immer mehr aus. Und damit auch immer mehr, ja, hier in der Zukunft, immer mehr dieser klare Raum und auch das Bedürfnis nach dem klaren Raum. Ja. Und je größer das Bedürfnis nach dem klaren Raum ist, desto weniger Chance hat das. Und deswegen geht jetzt eben halt auch die ein oder andere Spiegelung jetzt in den Verlust. Weil man alles das, was das hier nicht kann, ne, macht einen krank und soll weg. Und dann, wie gesagt, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen, ne. Gibt's halt die, die das noch aushalten können, ne. Da, das, was ich meinte, ne. Das, was einen jetzt frustriert, das wird sich nicht von alleine erledigen, ne. Das frustriert einen so lange, bis man das halt ziehen lässt, loslässt, ne. Dafür haben wir ja auch die Räuchermischung bekommen, ne. Damit man eben den freien Fluss, ne, aus dem Herzen leben kann. Es wird also immer intensiver. Schwammigkeit, ne, Schwammigkeit, soll weg. Wischiwaschi, soll weg. Durchschlängeln, soll weg. Soll alles weg, ja. Das soll alles weg. Die Ausdehnung des Lichts, ja. Sieht man hier ja auch so schön, ne. Da, die Ausdehnung des Lichts. Und eben, halt auch, ne, ja. In den Partnerschaften. Und auch das hier, ne, ist nicht Delphine und Igel. Ja, das ist Delphine und Delphine, ne. Und, äh, die Delphine haben jetzt keine Lust mehr auf Igel, ja. Ja, das sind diese Beispiele manchmal, das ist echt unfassbar, ne. Also, wie soll ich jetzt das Orakel nennen? Ne, viele haben keine Lust mehr auf Igel. Also, unfassbar, schon wieder hier. Ja, genau, ne, warum geht's, ne. Es geht da drauf, dass man halt in der Balance in seiner Mitte sein will, ne. Dieses Kämpfen, ne, so nach dem Motto, ne, los komm, verbring Zeit mit mir im Wasser. Nein, los komm du und verbring Zeit mit mir im Laubhaufen. Nein, los komm du und verbring... Das, oh, ja, das wirft einen ja immer wieder aus seiner Mitte, ne. Diese ewigen Streitereien, so, ne. Hier, man will einfach nur in Liebe sein, ja. Ja, einfach nur das. Einfach nur das, ja. Innere Mitte, Balance, Harmonie, genug Kampf gehabt, ja. Genug Schattenarbeit gemacht, genug... Das ist jetzt einfach für die nächsten zwei, drei Jahre passé. Es ist eine Ruhepause von dieser ganzen, äh... Von dieser ganzen Schattenarbeit, ja. Man will jetzt einfach, das muss doch, so nach dem Motto, ne, das muss doch machbar sein, hier einfach in Liebe zu sein, ja. Im Balance miteinander zu klingen, ne, auf der gleichen Frequenz zu schwingen, ja, ist es auch, ne. Da musst du aber aufhören, aus einem Igel einen Delfin machen zu wollen, beziehungsweise der Igel muss aufhören, ne, aus einem Delfin einen Igel machen zu wollen, ja. Dann, äh, geht auch das. Also gibt's eine ganz einfache Möglichkeit. Entweder hörst du auf damit, aus dem Igel einen Delfin machen zu wollen, oder, ähm... Und akzeptierst, dass der Igel ein Igel ist, ja. Oder, äh... Du nimmst dir halt einen anderen Delfin, ne. Dann, äh, funktioniert das wunderbar. Ne, aber wenn dann der Ego mit rein spielt, ne, der, die das Ego, was dann da immer am Schimpfen ist, ne, und schreit, ne, ich will aber, dass der Igel ein Delfin ist, und zwar jetzt. Ja, dann kommt man da niemals rein, ne, das ist anstrengend, das ist anstrengend, ja. Das ist, äh, kann man machen, aber das kostet so viel Kraft, ja. Und da führt jetzt halt eben, ne, hab ich schon gesagt, das war das alles in die Tiefe über die Energiearbeit geklärt haben, ja, da führt das Kronenschakra jetzt rein, ne. Das sind halt eben die Energien. Ähm, genau. Ja. Und dagegen, ne, gegen die Ausdehnung des Lichts, ja, gegen das Kronenschakra, ne, das ist so ein, ne, es reicht jetzt, das wird jetzt so gemacht, Punkt, ne. Dagegen anzukämpfen, das ist, äh, hoffnungslos, ja. Hoffnungslos, und das ist das, was ich meinte mit, ähm... Da, da, da gehen jetzt halt die ganzen Energien rein, ne, das ist das, was ich meinte mit, ähm, die Frustrationen, die jetzt da sind, werden sich nicht ändern, ja. Werden sich nicht von alleine ändern, sondern nur, ne, in 23 verstärken. Weil wir jetzt einfach, ja, die Erde, das Energiefeld, braucht jetzt Ruhe, braucht Frieden, braucht, ähm, die, die Energie des Geistes, ja, muss aufhören, ne, sich, um Dinge zu kreisen, ja, wo man, äh, krampfhaft versucht, aus einem Delfin gefälligsten Igel zu machen, weil das zieht einfach immens viel Kraft und geistige Kapazität ab. Und wir brauchen derart viele Veränderungen, die auch schon im Entstehen sind, ja, also ich sehe die schon, ne, die schon im Wachsen und im Entstehen sind, ja. Aber dafür wird eben die geistige Kapazität gebraucht, ja. Und deswegen ist es dann immer wichtig, ja, dass es Ruhephasen gibt, wo man, ne, hier in seiner Balance ist, Liebe einfach leben kann, ja, sie einfach ist, ne, ohne, dass man 120.000, äh, Diskussionen und Queroleien und Schattenthemen und was, 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 eh nie, was alles hat, damit man die geistige Kapazität hat, um, ähm, aktuelle Probleme anzugehen. Und dafür braucht man Ruhe, ne, seine Mitte und Ruhe. Und alles, was überflüssig hier geistige Kapazität, ne, und Energie abzieht, ja, und was am Aufstieg hindert, was an Ausdehnung des Lichts hindert, muss weg, muss weg und kommt auch weg. Ja, alles, was Kraft und Nerven kostet, hindert einen am Aufstieg. Und deswegen gibt's da jetzt, da, so viel Energie, um durch entsprechende Türen durchzugehen, ne. Ja. Und das wird jetzt für die nächsten, ähm, drei, vier Jahre auf jeden Fall vorherrschend sein. Ne, und der eine oder andere wehrt sich vielleicht noch mit Händen und Füßen dagegen, ja, da ist der Ego noch so groß, dass man sagt, ich will aber, ne, das ist okay, ja, weil, äh, auch da wird das nächste Jahr dann trotz alledem knallen, ja, und dann ärgert man sich, ne, darüber, dass man noch so viel Zeit verschenkt hat, ja, Zeit, Raum, Kraft und Nerven. Und der andere hat da jetzt schon keine Böcke mehr drauf, ne, und hört auf, ja, da jeden Morgen zu versuchen, einem Igel ein Delfin-Kostüm anzuziehen, ne. Also, ja, Hilfestellung habe ich euch gegeben, in die Tiefe erklärt über die Energiearbeit, ja, und wer dann mit dem Köpfchen einfach Probleme hat, ne, durch die Tür zu gehen, der hat ja auch entsprechende Räuchermischung in der Infobox. Ja, kann ich euch also reinen Gewissens entlassen. Bis dann. So haben.